Die Sozialdemokraten und die Grünen Die Sozialdemokraten und die Grünen Die Revoluzion ist der Sinn des historischen Momenten. Es ist alles, was muss sich geändert werden. Es ist die Egalheit und die Freiheit plen. Es ist die Beziehung und die anderen als Menschen. Es ist die Emanzipieren uns mit uns selbst und mit unseren eigenen Spuren. Es desafiar dolorosas Fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días